Wer wird hier wirklich vermisst, keiner weiß es. Irgendein Ermittler wird vermisst, ein geheimer Ermittler, geheimer Mittler. Und soll uns aber nicht weiter stören, wir laufen einfach vor allem davon. Wie im richtigen Leben. Ja. Ja, wir haben Kidman wiedergefunden in der letzten Folge und uns gleich versucht zu fressen, weil wir jetzt halt auch voll abzombten. Offenbar ist das gar keine so richtige... Ich hatte das Gefühl, dass da halt einfach irgendjemand gezielt übernommen wird. Und jetzt war halt eher mal dran, weil Ruvik halt irgendwie jetzt wollte, dass Kidman gestoppt wird. Und Joseph war auch wieder da. Lief da in der Ecke irgendwo rum? Ich hatte ehrlich gesagt komplett vergessen, dass der überhaupt noch lebt. Ich muss wahrscheinlich auch. Ich wollte nicht nachfragen, ist der eigentlich irgendwann mal draufgegangen? Ich weiß nicht mehr genau, wann wir ihn verloren haben. Ich tippe ja drauf, dass der nächste Tagebuch einen Tag das genauer erläutern wird. Ist der hier lang? Ist hier so rein, oder? Naja, ist er in dem Bus vorbei und dann... Gibt's hier noch was? So viele Alternativen gibt's ja hier gar nicht. Oh, gibt's hier Marmelade? Nee, sah so aus. Hast du Hunger? Bisschen Marmelade. Da ist immer einer drin. Hatte der noch einen TNT-Dings? Nee, aber der wollte nochmal aufstehen. Doch, guck mal, was hat der in der Hand? Nee, das... Ach doch. Freut mich auf. Das war ja wirklich super, cool. Der hat funktioniert. Ja. Achso. Was denn da so rüber? Aber kann er denn bei sowas richtig runterfallen? Weiß ich nicht. Okay. Okay. Halt! Kapitel geschafft. Okay. Das kann man jetzt überraschen. Die Fahrt kommt jetzt. Spoiler halt. Wer stand da gerade? Außerdem steht es hier auch. Spoiler sonst halt. Oh, da bin ich mal gespannt. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr... Das war nicht die Frage. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sein. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Cool. Was machst du da? Antworten wir. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Der obligatorische Riesentier frisst unser Gefährt. Die Spinne. Das hat mich hier unbericht. Hahaha, geil. Wo denn hinschießen? Auf die Säcke. Warte mal. Versuch's mal mit Explosivfallen. Null. Kannst du aber welche herstellen, oder? Ach ja. Nein. Ja, das hat aber ein paar von den Lingern, oder? Keine Ahnung, was? bring' vielleicht auch auf's Kopf. Jetzt habt ihr auch sonst nichts mehr, ne? Äh. Also, wo hat das gebracht? Irgendwie war es richtig, sammeln wir mal ein, was da ist. Oh, Spritze rein? Da vorne ist noch mehr Munition. Wie geht er denn jetzt so blöd? Wahrscheinlich, weil es dramatischer sein soll für die Sequenz. Da vorne ist noch mal ein Medikit. Wenn wir nicht stehen bleiben, weiterfahren. Immerhin Checkpoint. Sollen wir da mal aussteigen? Weiß nicht, ob man da aussteigen kann. Was kommt jetzt? Es wird ja wohl hoffentlich nicht noch eine größere. Spinne sein. Ach stimmt, die können ja mitkämpfen, sehr gut. Ich kann nichts sehen. Ah! Der hat doch TNT in der Hand. Also schnell anzünden. Wie? Wo? Wer? Wo? Wer schießt? Wo? Ich bin so im blinden Zoom. Sie hat gar nichts. Ah! Da oben. Da vorne die Kiste kannst du, glaube ich, kaputt machen. Sehr gut. Ah, gut, dass wir die Pistole aufgelabelt haben. Oh! 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 Mach es auf! Wie absolut vollkommen entsetzt die anderen immer sind, gell? Oh, wir werden von oben beschossen, Sebastian. Ja. Es gibt noch mehr. Bleibt cool, Leute. Juh, wie cool. Das hat geklappt. Oh, cool. Das hat auch geklappt. Ah! Oh, oh. Da liegt TNT jetzt rum. Ja, aber das ist egal. Haha! Der war auch gut. Haha! Über uns! Es sind so viele! Noch mehr! Munition alle! Munition alle! Munition alle! Davon liegt noch Munition. Lass die mal ruhig ein bisschen, äh, die wegschießen. Muss ja nicht alles selber machen. Da hinten ist auch noch irgendwie ein Schwuppkunde. Wie ist das hier? Ah ne, Scharfschützen. Gegner voraus! Überlass die mir! Geben das nicht. Das war knapp. Wie schön so heuberlich die Straße frei explodiert wurde. Das war in der Schneidspringladen. Frei explodiert wurde. Ey, was ist denn los mit mir? Lustigkeit, frei explodiert wurde. Was für'n Scheiß. Ich fang auch bald an, so Tagebücher wie Sebastian zu schreiben. Ich hab schon. Fahren wir hier links. Das ist so eklig. Vor allem jetzt haben wir keine Munition mehr so gut wie keine. Mach's nochmal mit der Handgranate. Das hat ebenso gut funktioniert. Hast du noch eine? Ja, ich darf aber grad nicht ziehen. Ne, echt? Ne, ich darf grad nix machen. Boah. Oh, da ist die leer, weil die leer ist. Achso, warte mal. Nehmen wir noch so'n Ding. Ehm. Ehm. Explosiv-File? Dann nehm ich mal die Mäcke. Munition. Hast du noch nen Explosiv-File? Na ja, oder nen Blitz-File? Was ist denn da? Da vorn liegt Munition. Oh, jetzt lässt sie ihre scheiß Würmer raus. Oh, das ist eckig. Mit einem Blitzfall vielleicht mehrere gleich auf einmal erwischen. Von den Würmern. Natürlich. Fahren wir? Wir fahren. Guck, ob du schnell die Munition da hinten holen kannst. Jetzt geh halt. Will ja wieder nur schleichen. Ja, coole Basti. Ist da was? Mann, okay. Nee, nicht nicht. Oh. Augen auf im Straßenverkehr. Hat hier so viele Augen. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich hab ne Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon-Nerven-Klinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das hab ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest hab ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint als Stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph! Nein! Bringen wir uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Lass niemanden hier reinkommen in den Cabriobus. Oh. Oh, ist auch schön. Und dann nicht. Shit. Spratze. Sparazza. Sag mal. Noch mal. Sehr dank. Wir haben uns einen neuen Traumjob gefunden. Was denn? Entdeckt. Videospieldialogautor. Das ist gut, ne? Da kann man mit solchen Worten wie Lustigkeit, Punkten und einen Blumentopf gewinnen. Da lag übrigens, glaube ich, vorher noch Munition. Ach komm, ich wollte... Das wollte ich eigentlich seit drei Kugeln und das auch. Oh, Bombe. Oh, Bombe. Ja, super. Aber, aber, aber. Der steht nochmal auf. Und da habe ich nur rum. Ja, super. Ja. 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 Kannst du nochmal zurück? Äh, nochmal zurück, ja. Weiter. Und jetzt kann man umtreten. Ne, ne, noch... Äh, dreht nur nochmal um. Links. Links. So, jetzt da. Da an der... Hier nicht noch rum? Ach, das ist so ein Bolzen. Stimmt. Ah, ja. Ah, ja. Und das und... Streich... Zündhüllzellen haben wir auch genug. Da hinten auch irgendwas drin. Zünd irgendwas um. Eine Flasche. Kann da behalten, eure blöde Flasche. Ah, oh. Das nehmen wir mit. Und nochmal Munition. Das mit dieser vollen Straße und hinten so Krankenwagen und die ganze Stimmung eigentlich gerade voll an den Anfang von Resident Evil. Weißt du, wo du da in Tokio oder so, dass du das in der Stadt unterwegs bist? Oh, das hat aber weit gezählt. Ich wollte es gerade sagen, ja. Warte mal. Das ist so fies, das Geräusch. Noch mal. Das ist leer. Das ist leer. Das ist noch ein... Ups. Wenigst bin ich nicht der Einzige, der in sowas reinrennt. Schau mal hier kurz nach rechts, ob da nicht noch irgendwie was... äh... Liegt zum Einsam? Ne. Doch, schau mal. Das sind doch so diese üblichen, verdächtigen Ecken. Was ist das? Und dann vorbei. Jetzt kann er nicht weiter... Ne, da kann ein Mensch nicht überklettern. Guck mal hier über das schön umgeparkte Auto. Das ist der Point of no return, die kommt doch nie wieder zurück. Ja. Schau mal kurz hinter dir. In der Ecke. Da ist es... Ne. Ist sicher? Ist auch nix, okay. Die fahren da übrigens alle, äh... fast alle den gleichen Jeep. Alle gesehen in der Stadt. Jetzt kommst du eigentlich rein, oder was? Ne, muss ich auch sagen. Ah, okay. Ja, das klingt doch schon... Verdächtig, ja. Da hat doch schon was. Verdächtig, ja. Ah! Das hat mich wahrscheinlich überrascht. Ist da grad noch was anderes zerspratzt? Hm, ich glaub, der hat so n TNT fallen lassen. Und das ist der Rest von ihm. Da vorne ist noch, äh, Usi. Wird auch gefasst. So ein Krall, wenn auf das Fass war. Spezial? Äh, Medizin, warte... Ah! Blutstillender Verband. Hier ist Medizin. Nehmen wir auch mit. Ist hier noch was? Kartenfragment 24. Das heißt Geliebte. Ich glaub, davon können wir aber schon gar nicht mehr alle finden in dem Durchgang. Meinst du? Hm. Ich glaub, da haben wir bestimmt schon welche übersehen. Nee, ist klar. Sachen, die wir vermisst haben. Irre, die auch noch Militär-Hardware benutzen. Aber in dem Auto saß gerade gar keiner drin. Das ist KIT. Oh nein, KIT hat sich gegen uns gestellt. Ja, das ist ja dann K. Ach stimmt. Ich habe keine Meier. Wie denn? Du musst, äh, musst dran vorbeistürmen. Was haben wir denn noch an, an Bewaffnung? Oh! Nee, ist klar. Jetzt zerschießt der ganz Autos. Was? Ich muss an das Maschinengewehr. Äh. Shit, 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 shit. Hast du gesehen? Da saß tatsächlich niemand im Auto drin. Das Ding hat keiner gefahren. So, wie sieht's aus mit einer Granate? Wie sieht's aus mit einer? Äh, einen Blitzfall. Genau, rein. Ja, jetzt schnell hin. Anzünden. Ah, schade. Bleib mal hin. Was haben wir denn hier noch? Eine. Kriegst du sie irgendwie vielleicht so hingelockt, dass sie... Genau, und jetzt schnell zum Maschinengewehr rennen. Ha! Ihr Deppen! Können wir das bitte nie wieder, äh, loslassen? Da rechts? Hast du da noch einen gesehen? Ah, ja. Oh, vorsichtig mit dem. Ich glaube ich kann mit Ride-Stick. Ich glaube ich kann mit Ride-Stick. Kamera. Au. Scheiße. Brauch ich aber noch nicht, oder? Jetzt aber. Ja. Natürlich nicht. Wie gut war das? Also gut. Hoffentlich gibt's nochmal ein zweites Best-of. Ja, warte, warte, warte. Ne, pass auf, das machen wir in der nächsten Folge. Ja? Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!